Ops, äh, das war jetzt nicht so gedacht, jetzt habe ich das Spiel resettet, ja, perfekter Start hier, ähm, Intro brauche ich eigentlich gar nicht, warum mache ich das jetzt, gut, ähm, willkommen zu, was machst du denn da jetzt so, scheiße, okay, da hat einer Lufflash bekommen, äh, keine Ahnung, wer das war, es war natürlich nicht, der Onkel wurde, nein, äh, natürlich nicht, äh, natürlich nicht, was soll es denn sonst sein, übrigens bist du gerade ein bisschen leise gewesen, äh, sorry, äh, ja, gerade mal eine Minute und schon der erste Flachflash, fängt ja gleich an, genau, okay, ähm, gut, jetzt warst du wieder näher am Mikro, glaube ich, jetzt habe ich dich wieder besser verstanden, jedenfalls herzlich willkommen zu Let's Play Rosenkreuz, die letzte Freudenstachel im Sterblich Mode, äh, ich fange mit dem Prolog an, ich spiele es im Arkadbook, da wir eh hier, äh, Dingens haben, äh, japanischen Text, genau, ja, und vielleicht sollte ich mich auch mal vorstellen, Servus, Leute, ich bin der Onkel Wolf, das habe ich ja gerade gesagt, dass er das ist, ne, falls ihr es noch nicht wisst, jetzt wisst ihr es wirklich, also wirklich bestätigt, dass er es ist, äh, naja, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du auch eine Taube-Zuschauer, das könnte natürlich sein, aber ja, ich meine, welcher, Moment mal, wenn Zuschauer taub ist, guckt er doch keine Let's Plays, ne? Doch, dann guckt er Rock Foods, ganz, ganz schlechte. Okay, aber die sind dann auch ohne In-Game-Sound. Ja, aber dann sieht er einfach nur so, oh, er stirbt, er stirbt, nein, da höre ich mir den Sound lieber nicht an. Gut, jedenfalls haben wir hier, ähm, Freudia, ähm, ja, ja, genau, Freudia, meine Tochter, wie jeder weiß, ich bin der Papa, Hm, nicht der Onkel, wie auch jeder weiß, genau, das war jetzt unabsichtigt, aber trotzdem, also bist du mein Vater? Ja, okay, wusste ich noch nicht, aber gut zu wissen, und, äh, ja, Ja, sprich nur zuerst deinen Satz zu Ende, dann sag ich mal hin, gut. Ähm, wie wir hier sehen können, haben wir hier einen, äh, Instant Death Mode, das heißt, ähm, man ist relativ schnell tot, oder irre ich mich jetzt. Nein, du irrst dich. Ja, genau, ich irre mich, ne? Ja, und da wir ja gerade so schön noch im ersten Part sind, ich meine, gerade mal drei Minuten oder so, kann ich jetzt jetzt schon sagen, da ich selber der schadenfroheste Mensch bin, den ich kenne, werde ich dich natürlich auslachen, vielleicht auch unbeabsichtigt, und natürlich wirst du mich dann wieder anfluchen, Ja. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich leide mit dir, und das ist nicht böse gemeint als auch. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass die Zuschauer da was falsch verstehen und meint, dass ich mich nur über andere Leute lustig machen kann. Und wie spielst du selber, Wulf? Er will sich nur über andere Zuschauer, über andere Spieler lustig machen, der auch so lustig ist. Ja, ich mag mich immer über den Zuschauer lustig, aha, du hast den ausgelacht, aha. Ja, genau. Ja, jedenfalls, und, ähm, ja, jetzt sind wir schon mal beim Prolog-Boss hier. Hm. Äh, ja. Der ist eigentlich gerade, der ist eigentlich nicht so schwer, ne? Weihnachtsfrau, wie immer. Nein, eigentlich nicht mehr. Vor allem, was ich mir gedacht habe, wie kommt der Weihnachtsmann, so ein alter fetter Knacker, der schon seit Jahrhunderten lebt, wie kommt der an so eine junge, hübsche Frau ran? Vielleicht ist es nur seine Tochter. Oder vielleicht hat er sich irgendwann mal entführt, so, oh, gerade unterwegs war, Päckchen austragen, und dann liegt die so ein Wetteltase, gedacht, hm, die nehm ich gleich mal mit, weil er noch so viele Kinder was bekommt. Was ist der Weihnachtsmann für Typ? Meine Fresse. Ja, einer mit gutem Geschmack, wenn ich mir die Mädels hier so ansehe. Ja, äh, genau. Und Freudia ist meine Tochter, muss ich dazu sagen. Mein Fleisch und Blut. Ich hab sie erzeugt. Bald wird sie in deinem Blut getränkt werden, wenn sie fehlt. Ja, genau. Gut, äh, ja, mit wem fange ich denn an? Ich würde sagen, ich fange mit Lust an, weil die ist relativ einfach. Ja, hast du ja überhaupt nicht in der Testaufnahme oder so gehabt, nein. Ach ja, stimmt, ich hab gerade eine Testaufnahme gemacht, stimmt. Nein, du hast ganz viele gemacht. Bis du dann gemerkt hast, oh, ich muss rechts unten den Loadstärkeregler erhöhen, weil er auf Bandicam auf Null war. Ja, ja, mir kann auch mal so'n Scheiß passieren. Ja, gut, dass der Onkel Wolf zur Stelle ist und dich darauf aufmerksam gemacht hat, ne? Ja, das ist, äh, gute Arbeit, Onkel Wolf, wirklich, gute Arbeit. Ich bin stolz auf dich. Ich helfe ja gerne, meine Let's Player-Kollegen. Warum auch nichts? Ja, wäre doch arschig von mir, wenn ich sagen würde, Ja, der Play ist ja jetzt verdaut, er sieht die ganze Aufnahme. Und wenn ich das dann auch noch weiß, dann wäre das erst recht dämlich. Genau. Weil, dann kommt irgendwann der Spruch, Hör, warum hast du nichts gesagt, du bist schuld. Die Leute ist dahinter. Und dann, so entzweinend sich die Leute und genau so entstehen die Let's Player-Klänge. Ja, kann komisch aus passieren. Ja, so einen gab's ja schon mal, aber den hab ich nicht so wirklich mitbekommen, weil, äh, da hab ich gerade mal angefangen, Let's Plays zu gucken. Was gab's? Gab's Let's Plays? Ja, ich weiß nichts Genaues, aber auf jeden Fall eine Zeit, wo sich alle Let's Player selber gehasst haben und, ja, weil irgendwie Gerüchte entstanden sind, der eine labert über den anderen Scheiß und dann standen irgendwie Streitigkeiten und, wie gesagt, ich weiß nichts Genaues, aber dann artete das alles eben ein bisschen aus. Das war vor meiner Zeit. Ja, das waren mehr so die alten Let's Player, die das gemacht haben, die sich dann nicht so wirklich verstanden haben und die werden Leben hinterhergeworfen bis zum Gehtnichtmehr. Ja, weil ich hab ja schon gesagt, in der Testaufnahme, glaub ich, und jetzt, oh, jetzt leckt es ganz schrecklich, ähm, dass hier eine höhere Trop-Chance... Wie in der Testaufnahme? Genau, dass hier eine höhere Trop-Chance ist. Oh, es leckt so scheiße wie ein Haufen Scheiße. Ja, genau, es leckt so scheiße wie ein Haufen Scheiße. Okay, die Leute stellen sich das jetzt bildlich vor, hä? Scheiße, leckt. Ja. Zuckende Scheiße. Vor allem ist leckt so scheiße wie ein Haufen Scheiße. Ja. Ich sag mal, das Wort Scheiße, äh, benutzt. Und es ist noch ohne Sinn. Und andererweise, bei meinen Aufnahmen, also wenn ich etwas aufnehme, hab ich kaum Aufnahmeschwigkeiten und fast nie lag. Also, von den, äh, keine Ahnung, wie viele Videos ich gemacht habe, ich habe, äh, da müsste ich jetzt auf meinen Kanal gucken und da mein Internet sowieso nicht aufgenommen wird, kann ich das jetzt einfach mal so frech, wie ich bin. Kannst du machen, ja. Äh, ich muss mal gucken, wie viele Videos ich überhaupt besitze. Genau, das ist nämlich das, was ich von meinen 580 Videos, äh, lag, glaube ich, nur ein einziges, das ist ein Together mit Donkey Kong Country, also ein Let's Play Together Donkey Kong Country mit Scarecrow. Oder, ich glaube, zwei, hm. Ich glaube, zwei lag und lag an sich hatte ich bisher noch nie eine Einzelaufnahme, obwohl ich schon, ja, da muss man auch die Aufnahmen dazuzählen, die nicht online gekommen sind und die ich auch noch nicht hochgeladen habe. Also, log einmal 1500 Videos. Kein einziger Leck, da, mh, da bin ich schon ganz schön stolz drauf. Also, ich habe keine 1500 Videos. 1500 Videos habe ich auch nicht, aber das waren so in etwa, wie viel ich aufgenommen habe in der Zeit, wo ich jetzt schon Let's Plays machen kann. Ach so, okay. Da muss man auch die dazuzählen, die, die gelöschten Aufnahmen, wohl, eigentlich sind es mehr als 1500, denn, wenn man bedenkt, so die Serien und Filme, die ich auch mit Cartazia aufgenommen habe, das sind ja auch Aufnahmen, so an sich. Im Grunde schon, ja, definitiv. Ja, vor allem habe ich neulich einen Kommentar hinterlassen beim Video, beziehungsweise beim Lied, welches mir sehr gefällt. Und da habe ich geschrieben, dass ich so ungefähr 200 Serien auf meiner externen Festplatte habe. Das war aber leider gelogen, unabsichtlich. Weil, ich habe es neulich nachgezählt und ich habe über 300 Serien auf meinen Festplatten, auf meinen beiden. Und, ja, natürlich ist der Großteil Zeichendrick über 250. Ah, so, ja, okay, das hast du aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Hm, glaube ich zwar nicht, aber gut, wenn du meinst. Boah, eine Eisplatte. Stell dich drauf, schwimm vom Atlantik aus, sonst wohin. Ah, jetzt meldet der Kollege sich wieder. Okay, das ist gut, weil jetzt ist eh gleich hier ein Cut fällig, ja. Ich gehe noch mal in den Stage Select Screen, so. Gut, und dann haben wir jetzt den ersten Boss schon besiegt, in den ersten 10 Minuten, ja. Dann geht es gleich weiter, ähm, ähm, bis gleich, Leute. Klapp da rein. So, und weiter geht's mit Let's Play Rosenkreuz Stilette Freudenstachel im Sterblich-Mode. Ich habe den Ingame-Sound etwas runtergedreht in der Zwischenzeit, weil er vielleicht auch einen kleinen Ticken zu laut war. Ich hoffe, diesmal ist er nicht zu leise. Kontrolliere ich nach der Aufnahme. Und ja, der Onkel Wul war natürlich jetzt mal eben kurz beschäftigt gerade. Ja, aber nicht mit dem, was die Leute da schon wieder denken. Bewerse Schweine, pum, pum, pum. Nein, äh, ich habe kurz mit einem anderen Kollegen was gemacht, weil er gemeint hat, er macht ein Interview mit mir. Und da habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht? Und wegen technischen Schwierigkeiten hat das jetzt etwas länger gedauert. Aber jetzt bin ich wieder voll und ganz bei der Sache und den Simon jetzt unterstütze im Tötungsmodus. Ach genau, da machen wir auch direkt weiter. Äh, mache ich mal die Bär. Die Frage ist nur, wer hier wem tötet. Sie dich oder du sie? Das ist die Frage. So, Schnee, wie schön. Ach, verdammt. Eigentlich überhaupt nicht. Vor allem, wir schreiben heute den 12. April und bei uns draußen liegt immer noch Schnee. Ja, ich weiß, das klingt verrückt, aber ich komme mir schon so langsam vor, als ob ich in der Antarktis wohne. Also ich mag keinen Schnee. Also so in so einer Schneewüste wie hier, so was sieht das natürlich ganz schön aus. Aber generell so was, äh, ne, auf den Straßen hasse ich das. Ja, vor allem, wenn ich mir ja gerade vorstelle, wir haben jetzt ungefähr Mitte April und eigentlich müsste man denken, der Schnee ist schon weg, aber bei uns ist immer noch. Ja, zum Glück nicht mehr so viel. Ja, bei mir ist der Schnee, ähm, er ist nicht weg, äh, doch, er ist weg, aber, äh, ja. Ja, genau. Ja, nur ein bisschen Schnee eben. Genau. Hm, was tust du da, du versinkst im Schnee. Ich weiß. Ja, irgendein Secret oder so. Ich schummel nur eben schnell mal Strudel. Ähm, wo bin ich jetzt? Oh, verdammt, ich bin da viel zu hoch. Das war nicht gerade schlau. Ähm. Du holst einen Strudel. Er stimmt einen, einen Apfelstrudel. Ja, genau, äh, ja. Schle-, ja, schlechter Witz muss sein. Das war ja ein sehr schlechter Witz, muss ich dazu sagen. Schlechter, der jetzt von mir sein schön, so schlecht war der schon. Aber ich hab, das hab ich gar nicht gewusst, dass da eine Runden geht, also. Man lernt nie aus. Was hab ich dir doch erzählt in deinem LP? Echt? Ja, natürlich hab ich dir das erzählt. Das ist schon wieder so lange her, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Du hörst ja auch nicht zu, würd ich was sagen. Ja, manchmal hör ich zu, manchmal nicht. Meistens nicht. Ja. Oft nicht. Ja. In der Regel nicht. Egal, die komischen Geier wollen hier ihre Eier fallen lassen und ihr gelben Totter über Freudias Kopf unter Rinden lassen. Vor allem das Eiweiß sieht man bei ihr ja nicht, da sie selber komplett in Weiß gekleidet ist. Nur wenn da auf einmal so ein gelber Klops hier mitten in den weißen Haaren erscheint, sieht auch nicht so geil aus. Ähm, ich hab jetzt, ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen. Ich habe soeben davon gesprochen, dass Freudia, dass ein Ei auf Freudia fällt. Ja. Aber nun, ach egal, was kannst du wissen. Ein Eifeld auf Freudia. Das kann man übrigens falsch verstehen. Ein Eifeld auf Freudia. Was sollst du in der Aufnahme wirst du sowieso merken, was ich meine. Wenn du es nicht dann später irgendwann mal anziehen solltest. Ja, vielleicht, äh, werde ich das noch herausfinden. In ferner Zukunft. Könnte sein. Ja. Könnte sein. Oder auch nicht. Mir ist unten so eben was aufgefallen, diese beiden Statuen, die im Hintergrund waren. Äh, waren die da nicht, ich glaube, bei Megaman 7 oder so, habe ich bei dir gesehen, dass das auch irgendwo war. Wo war denn das noch schnell? Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, wie hieß der Kerl oben noch? Frostman? Nein. Friesman? Friesman, ja. Ja, ich glaube... Wie war es noch schnell? Der kam auch so aus so'n Eisclops raus. Genau so hat das im Hintergrund gerade ausgesehen. Ja, ein bisschen ähnlich. Ist mir auch mal aufgefallen, dass der ein bisschen aussieht wie Friesman, aber, äh, nicht ganz, glaube ich. Hm, ja gut, hundertprozentig vielleicht nicht, aber... in etwa. Das habe ich vorhin nicht bemerkt. Oh, nun gut. Du wirst, Libea ja hoffentlich durch die Mangel drehen. Äh, hoffe ich doch auch. Werden wir sehen. So eine Kaffeebohne durch eine Bühle. So wird Libea dann am Ende enden. Hoffen wir es ja. Die Kaffeebohle vor, dann wird sie ganz hektisch. Und wach. Garantieren kann ich hier allerdings nicht. Ich wollte eigentlich was sagen, aber ich halte lieber meine Klappe, sonst wirst du mich gleich töten. So wie jetzt zum Beispiel. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, dass es doch ganz gut aussieht, aber... ich habe es lieber nicht gesagt. Ja, aber du hast es gedacht. Ja, leider. Du hast es gedacht. Du hast mich getötet. Ich habe nicht gewusst, dass es, wenn man das denkt, das auch was bringt, also... Du hast mich getötet eben. Ja. 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 Könnte das Let's Play vielleicht keine Seltenheit werden. Nicht, dass du wegen der Leck jetzt stirbst, das wäre... dumm. Es soll vorher... Es soll vorher Libea noch ordentlich ins Gras beißen, wo kein Gras vorhanden... Ja, Gras... Gras... Verdammte Scheiße. Wo keins vorhanden ist. Ja. Wer weiß, vielleicht raucht sie ja Gras. Wie denn? Ja. Die kann doch kein Gras rauchen, wenn die kein Gras. Wie hast du das gesagt, dass du jetzt im... Buster-only, ohne Waffenenergie, oder wie auch immer, Mode machst? Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast. Weiß ich nicht, hab ich das erwähnt, aber ich mach natürlich alle Grosse-Freund-Staffel-only und, äh... Ja, das war's. Ja. Und, äh... Ohne E-Tanks natürlich, weil, äh... geht ja eigentlich nichts. Ja. Jetzt hab ich... War ich irritiert? Okay, super Idee von mir. Gute Idee. Hm. Ja, ist schon irgendwie seltsam. Aber nun gut. Nach, keine Ahnung, wie viel Versuch willst du die auch raus haben. Ja. Ja. So, jetzt aber mal ernst. Jetzt mach ich ernst. Ja. Ja. Jetzt ist hier Feierabend. Jetzt ist hier Schluss mit lustig. Jetzt ist hier... Ja. Jetzt ist hier... Jetzt ist hier... Jetzt ist hier gemütig. Freude ja seine brave Tochter und macht das, was der Papa dir sagt. Ja. 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 Ich habe jetzt extra einen ganzen Kampf lang die Klappe gehalten und mir gedacht, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Aber dann, äh... Ja, aber im Insta-Death-Mode ist alles schwer. Da kann nun ein kleiner Käfer kommen, wo sich Freude ja drüber stolpert und dann ist sie auch tot. Er kann von einer Ameise gebissen werden und ist auch tot. Obwohl, äh, nee. Nee, das nehm ich lieber zurück, weil es gibt ja Ameisenarten, die einen töten können. Im Grunde, ja, das gibt es und ich muss einen Cut machen, sehe ich gerade, okay. Ja, okay, dann, äh, ja, bis gleich. Sehr gleich.